So, und wenn ich meine Frau von dir frisieren lasse, muss ich sie vorher von Willi fotografieren lassen, damit ich sie nachher wiedererkenne. Ha ha, da kann ich ja nur lachen. Auf den Bildern von Willi erkennt sich sowieso kein Mensch. Das lasse ich auf meinem Chef nicht sitzen. Bleib sitzen und halt dich da raus. Du verstehst ja vom Fotografieren noch weniger als vom Fußball. Ha ha ha, dazu sage ich als Trainer, weniger als du kann man doch gar nicht davon verstehen, Willi. Trainer, ich höre immer Trainer. Eine Träne bist du, eine ganz Bittere.